Dieser Spieltag ist es vielleicht soweit. Nach mehreren Jahren in der Zweitklassigkeit könne der HSV wieder in die 1. Bundesliga zurückkehren. Auch wenn der HSV schon über 55 Jahre am Stück in der Bundesliga gespielt hat und sogar mehrmals Deutscher Meister wurde, ist der HSV zusammen mit Preußen Münster und Dynamo Dresden der einzige ehemalige Bundesligist, der noch nie in der Bundesliga auf, sondern nur einmal abgestiegen ist. Aber im heutigen Video geht es nicht um ehemalige Bundesligisten, die noch nie in der 1. Liga aufgestiegen sind, sondern um das genaue Gegenteil. In diesem Video geht es um 10 große Fußballvereine, die noch nie in der 1. Fußball-Bundesliga gespielt haben. Dieses Ranking geht nicht nach meiner persönlichen Meinung, sondern als Quelle nehme ich die ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Auch geht es hier nur um die erste deutsche Spielklasse seit Gründung der 1. Fußball-Bundesliga zwischen 1963 bis 14. Mai 2022, also heute. Platz 10, SV Sandhausen Der Sportverein 1916 Sandhausen E.V, kurz SV Sandhausen, ist ein Fußballverein mit fast 1.000 Mitgliedern aus dem Kurpfälzischen Sandhausen in Baden-Württemberg. Auch wenn die Stadt mit rund 15.000 Einwohnern relativ klein ist, spielt dieser Verein seit 2012 regelmäßig in der 2. Fußball-Bundesliga. Dort gehört man zwar nicht zu den absoluten Anwärtern auf den Aufstieg in die 1. Liga, aber trotzdem gehört der SVS zu den besten 50 Zweitligisten aller Zeiten. Platz 9, 1. FC Heidenheim Der 1. Fußballklub Heidenheim 1846 ist ein Fußballverein aus der fast 50.000 Einwohner großen Stadt Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg. Nachdem man sich 2006 vom Heidenheimer Sportbund abgespalten hatte, wurde im Januar 2007 der 1. FC Heidenheim gegründet. Dieser Verein startete anfangs in der Oberliga und auf der Bank saß Dieter Mäckle, der aber im September 2007 entlassen wurde. Im September 2007 wurde dann Frank Schmidt auf die Bank der Heidenheimer geholt, mit dieser er bis in die 2. Liga durchstartete. 2019 und 2020 stande der Verein sogar unter Frank Schmidt auf dem 3. Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga und könnte durch 2 Relegationsspiele erstmals in die 1. Fußball-Bundesliga aufsteigen. Jedoch spielte der Verein zweimal unentschieden gegen den SV Werder Bremen und man musste wegen der dummen Auswärtstorregel in der 2. Fußball-Bundesliga bleiben und durfte nicht in den eigentlich verdienten Weg in die 1. Bundesliga angehen. Platz 8 Holstein Kiel Die Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 allgemein unter Holstein Kiel oder Kieler SV Holstein bekannt, ist ein norddeutscher Fußballverein aus der Schlesweg-Holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Die Störche gewann im Laufe ihrer Geschichte insgesamt einmal 1912 die Deutsche Fußballmeisterschaft und zweimal 1910 und 1930 die Deutsche Fußball-Vizemeisterschaft. Auch wenn es so klingt, als hätte der Kieler SV schon mal in der Bundesliga gespielt, muss man bedenken, dass alle diese Erfolge vor der Einführung der Bundesliga waren. 1963 schaffte es Kiel nicht in die 1. neue Fußball-Bundesliga aufzusteigen und musste sich in der Zweitklassigkeit zufrieden geben. Mit ein paar Auf und Abs stieg der Verein 1981 endgültig in die 3. und ab und zu in die 4. Liga ab. Irgendwann berabbelte sich der Verein wieder auf und kam 2017 wieder zurück in die 2. Fußball-Bundesliga. Dort spielte man direkt eine sehr, sehr gute Saison und man belegte ein Brötchen. Und man belegte in der Aufsteiger-Saison den 3. Tabellenplatz und durfte in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg antreten. Dieses Mann 3 zu 1 und 0 zu 1 verlor und man weiter in die 2. Liga bleiben musste. Ein paar Saisons später, 2020-21, spielte Kiel wieder als Dritter in der Relegation gegen Köln. Dieses Mann wieder unverdient verlor und nicht aufsteigen durfte. Platz 7. Hessen-Kassel Der KSV Hessen-Kassel ist ein Fußballverein aus der hessischen Stadt Kassel. Der Verein wurde 1947 gegründet und 1998 neu gegründet. Der Verein stieg 1979-80 in die 2. Liga auf und wurde im Aufsteigerjahr 1980 81 Vierter. Nach dem 8. Platz, ein Jahr später, wurde der Kasseler Verein vom Pech verfolgt. Zwischen 1982 bis 1986 verpasste man 5 Mal knapp den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Man wurde 3 Mal hintereinander Vierter und danach nochmal Fünfter. 1986-87 stieg der Verein plötzlich aus der 2. Liga ab und man hat den Hessen-Kassel nie wieder mehr in der 2. Fußball-Bundesliga gesehen. Heute spielt Hessen-Kassel im Mittelfeld der Regionalliga Südwest 4. Liga. Platz 6. SV Meppen Zwar überraschend, aber auch der SV Meppen gehört zu den stärksten Zweitligisten aller Zeiten. Nach Aufstieg aus der Oberliga Nord 1986-87 spiel der Verein aus den Emslern über mehrere Jahre hintereinander in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Am Aufstiegsrennen sehr nah dran war man nur 1994-95 einmal, als man Sechster wurde. Sonst war man nur ein typischer Mittelfeldklub in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach 11 Jahren 2. Liga stieg der SV Meppen in die Regionalliga Nord ab und stürzte nach 2 Saisons in der 3. sogar in die 4. bis hin in die 5. Liga ab. Aktuell spielt der Verein in der 3. Liga und steht dort auf dem 12. Tabellenplatz. Platz 5. Spielvereinigung Bayreuth Die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth ist ein 1921 gegründeter Fußballverein aus Bayern. Der schwarz-gelb-oberfränkische Fußballverein spielt mit paar Unterbrechungen von 1969 bis 1990 in der 2. Fußball-Bundesliga. 1973-74 und 1975-76 belegte der Verein den 5. und 1977-78 den 4. Platz. In der Saison 1978-79 stand der Verein auf dem 2. Tabellenplatz. Da es damals in der 2. Fußball-Bundesliga insgesamt 2 Tabellen gab, musste die Spielvereinigung Bayreuth in die Aufstiegsspiele gegen Bayern 05 Uerdingen. Der Gewinner steigt auf und der Verlierer bleibt zweitklassig. Und am Ende gewann leider Krefeld das Spiel knapp mit 3 zu 2. Und Bayreuth hat die Chance auf den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga verpasst. Für die Oberfranken war es die allerletzte und allerbeste Chance auf den Aufstieg jemals in der 1. Liga. Heute spielt der Verein zwar in der Regionalliga, aber aktuell haben sie den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Platz 4. FSV Frankfurt. Über den FSV Frankfurt habe ich schon in meinem letzten Video geredet. Der FSV Frankfurt am Main spielte vor ein paar Jahren noch in der 2. Fußball-Bundesliga und standen 2012, 2013 sogar auf dem 4. Tabellenplatz und haben den Aufstieg nur um ein paar Punkte verfehlt. Heute spielt der Verein nach einem riesen Absturz von der 2. Liga in die Drittklassigkeit in der Regionalliga Südwest, wo der Verein auch nur im Abstiegskampf herumhüpft. Platz 3. Erzgebirge Aue. Wenn ich richtig liege, ist das unser erster und einzigster ostdeutsche Fußballklub auf dieser Liste, und zwar die Erzgebirge aus Aue. Der FC Erzgebirge Aue ist wie gesagt ein Fußballverein aus der ehemaligen DDR, wo man auch regelmäßig in der 1. Liga gespielt hat und auch dort einige Titel gewann. Nach der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland und dessen Fußballsystem startete anfangs der Verein in der 3. Liga. Dort war Aue ein ganz guter und solider Verein und man stieg nach fast 10 Jahren in die 2. Liga auf. In der 2. Fußball-Bundesliga angekommen, entwickelt sich der Verein zu einem ganz okayen Zweitligas, der ab und zu mal absteigt, aber schnell wiederkommt. Ihre beste Saisonzeit Wiedervereinigung war die Saisonzeit an 10, 11, als die Erzgebirge Fünfter wurde. Platz 2. SG Union Solingen. Union Solingen werden nur noch die wahren OGs von euch noch kennen. Der Verein spielte zwischen 1976 bis 1989 14 Jahre ununterbrochen in der 2. Fußball-Bundesliga, aber hat es trotzdem nie geschafft in die 1. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Am nächsten war man 1984, 1985, als man Sechster und ein Jahr davor 1983, 1984, als man Fünfter wurde. Bevor wir zu Platz 1 kommen, zeige ich euch 5 Vereine, die es sehr knapp nicht auf die Liste geschafft haben. Eintracht Trier, Kaisers Jena, Jan Regensburg, Rot-Weiß Ahlen und der Chemnitzer FC. Auch noch würdigen wollen wir den FK Pirmasens, der war insgesamt 4 Mal in der Aufstiegsrunde um den Aufstieg in die Bundesliga, aber sind insgesamt 4 Mal gescheitert. Platz 1. VfL Osnabrück. Für einige bestimmt etwas unerwartet, aber der beste deutsche Fußballverein, der noch nie in der 1. Fußball-Bundesliga gespielt hat, ist der VfL Osnabrück. Der VfL Osnabrück steht in der All-Time-Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga mit 828 Spielen und 1180 Punkten auf den 10. Tabellenplatz. 1972, 1973 stand der Verein in ihrer Division auf Platz 2 und 1973, 1974 auf Platz 3 und haben den Aufstieg um Haaresbreite verpasst. Bis heute hat es der Verein nie geschafft, in die 1. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Ganz im Gegenteil, heutzutage spielt der Verein eher seltener Zweitklassig und ist derzeit in der 3. Liga unterwegs. Was glaubt ihr, welcher von diesen 10 Vereinen wird am ehesten Mai in der 1. Fußball-Bundesliga spielen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wer die beste Nummer 2 in der Stadt ist oder wer die Champions-League-Hymne geschrieben hat, dann klickt in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.